it's summertime oh mein gott so schönes sommerwetter ich bin der sommerliste der sommerliste wigger outlander der hier rumläuft obwohl es noch einen gibt der hat auch so ein sommer outfit an aber nicht so einen schicken hut wie ich auf ja es geht direkt los hier im exit naja platte rein signal die texter ist da oben selbst ist da ne ja ja jemand ist hier oben auf dem weg zum siegivetten ja ja bestimmt ich wurde gepinkt ich mache ganz kurz den tresor auf aber auch wieder ab ich hoffe ich habe die zeit ich lute kurz durch die tür noch den dünger ok kommt schon jemand weiß nicht so jetzt gehe ich ans telefon mein moin die schick geplatzt wo ist telefon ich habe gehört aber wo da oben verdammt doch da ist eine blaue box knapp gerade noch so gesehen wo jemand ist beim anderen tresor wo ist der denn gar nicht darauf geachtet noch ein jod perfekt naja telefon ist es nicht ich weiß nicht genau wo dieser schatz liegt keine ahnung wollen wir jagd auf telefon machen ja oder schon irgendwie der tresor der wird auch das ist der andere mit der das ist der andere mit dem anderen outfit wo ist er hin wo ist er hin Auf jeden Fall war das der mit dem Sommerhemd, wo ist er hin? Kommstationen werden hier benutzt, aber hier ist keine. Okay, dann gehen wir jetzt zum Telefon, lassen wir das Summerboy hier ein bisschen rumrennen. Ich habe auf jeden Fall seine Platte getroffen. Seine Panzerplatte ist angeknackt, oh, Telefon hat hier, war das Telefon? Boah, der Störbereich Sender ist riesig, wo ist der denn überhaupt? Ja, Störturm wurde ausgelöst, oh man, Störturm ist, hier, das war Telefon, okay, oh. Hm? Hallo? Oh! Ho! Oh! 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 Da, ich seh dich, ich seh dich. Das war Telefon, alles klar, okay. Let's go. Okay. Ich muss noch mehr löschen. Ich weiß nicht genau, wo der ist. Sieht aus, als wäre das genau da, wo ich jetzt gerade liege, aber... Egal, der Schatz ist egal. Lass uns mal ganz kurz gucken, wo der Nächste ist. Angelockt von den Geräuschen ist der Nächste hier geradeaus. Also nicht so weit weg. Oh, wir nehmen schnell das auch noch mit. Geil. Oh nein, wieso habe ich jetzt für die keine Munition? Da. Jetzt aber. Oh mein Gott. Okay. Zwei Jod. Und ich muss aufpassen. Ich will noch meinen Tresor holen. Den hat sich keiner da rausgeholt aus dem... Aus dem Strahlungs... Aus dem Strahlungsradius. Ist das ganze Safe aus Bedeck? Da ist keiner reingegangen. Würde ich tippen. Würde ich mal tippen. Puh. Aber was machen wir? Hier ist noch jemand. Und der andere Sunny Boy. Ja, der war hier schräg gegenüber. Okay. Der Tresor ist ja leer. Den habe ich. Gelootet. Das Table ist bei mir drin. Das muss der sein. Aber der andere Tresor in der Strahlung... Den würde ich mir schon gerne noch holen. Aber ich habe das Gefühl, hier ist noch nicht so ganz safe. Obwohl der Abwurf jetzt auch kommt. Wir müssen eigentlich... ...schon nochmal zum großen Siege gehen. Das wäre schon wichtig. Ich könnte noch ein Störsender ausstellen, falls jemand anderes jetzt den Sigi benutzt. Ich seh den gar nicht, den Signaldetektor. Irgendwo da ist noch jemand. Ja, wir müssen noch mal näher ran. Aber nicht übers offene Feld. Mehr durch den Wald so. Ist besser. Ich schwöre euch, hier ist noch irgendwo der Typ, der das gleiche Hemd anhat wie ich. Ich bin schon sehr nah am Sigi. Okay, komm. Aufstellen. Okay, hier im Radio ist es keiner. Ich schwöre euch, hier ist irgendwo jemand. Hier kämmt jemand, bestimmt. Aber der Radius geht bis hier. Okay, hier ist auch keiner. Schnell. Ah, da. Oh mein Gott, ich habe es gewusst. Hier kämmt jemand. Knapp. Wo ist noch jemand? Oh, der letzte ist hier oben. Warte, wir zoomen mal ran. Wir machen mal genau da den Punkt. Zack. Der letzte ist da oben, okay. Wenn sich nicht jemand auch noch versteckt. Ähm, wie kommen wir da jetzt rauf? Wir looten erstmal unseren Kill. Dann gehen wir zu unserem Tresor. Holen uns den Scheiß raus, den wir dann noch brauchen oder wollen. Mit den zwei Jod. Und dann. Abwurf ist auch noch am Start. Wie kommen wir denn da jetzt hin, wo der war? Ich bin ehrlich noch nie auf diese... Auf diese Kanone drauf geklettert. Wie geht das? Ah. Okay. Boah. Hier. Das ist er. Guck, das ist er mit dem Hemd. Ich sag ja, wer ist der sommerlichste von uns beiden? Ich bin es. So, das... Das Fotokon raus. Guck mal, er hatte nichts. Außer Munition und ein bisschen Heilung. So, es wird Zeit. Ähm. 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 Äh, nee. Pass auf. Da sterben wir. Da springen wir mal lieber nicht runter. Oho. Okay, jetzt, ähm... Sigi, dreht sich der noch mal? Komm schon, dreh dich noch mal. Wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen... Und zwar jetzt schnell. Also. Ähm. Raus, raus. Und raus. Und raus. Und rein. Wir gucken nämlich, was hier noch ist. Ähm. Hier ist... Ne. Wo ist der Tresor? Oh, ich hab den davon aufgemacht, Digga. Hier. Ah, jemand hat sich den doch geklaut. Krass. Raus aus der Strahlung. Zum Abwurf. Noch ein Jod rein. Sigi dreht sich wieder, aber egal, komm. Wir gehen jetzt zum Exit. Und hauen hier ab. Ich hoffe, dass sich niemand den Exit versteckt hat. Unten, links, oben, oben, oben. Links, links, unten. Da ist er, mein Abwurf. Der auch noch mal, glaube ich, verstrahlt ist. Oder wurde. Okay, jetzt wird's wirklich Zeit. Wir haben kein Jod mehr. Es wird Zeit, rauszurennen. Und zwar zu dem Exit, der eventuell noch gefährdet ist. Und ich muss mich wirklich beeilen. Denn die Strahlung ist ganz schön heftig. Durch die normale Strahlung der Map und der Strahlung von dem Airdrop ist das hier gefährlich. Aber wir schaffen's. Wenn nicht jemand jetzt hier noch auf mich wartet. Aber hier ist kein Raben. Hier sind keine Raben. Okay, wir haben's geschafft, Leute. Batteries survived. Let's go. Schöne Runde. Gut abgesandt. Nur den Tresor, den wir verstrahlt haben, der Plan ging nun mal nicht auf. Macht aber nix. Dafür haben wir ja den anderen bekommen. Durch den Kill. Aber da ist tatsächlich jemand auf Jod reingerannt. Oder lag da jemand im Haus vielleicht und ist an der Strahlung gestorben? Ich weiß es gar nicht. Da hab ich jetzt nicht mehr drauf geachtet. Habt ihr irgendwie was gesehen oder eine Theorie? Aber der Tresor wurde auf jeden Fall mir gezockt. Ich hab ihn geöffnet, aber nicht geplündert. Wie ist das denn hier in den... Wie ist das hier in den XP dann? Guck mal. Tresor geöffnet steht hier dran der XP. Okay, Kisten mit Zahlenschloss. Telefonduell gewonnen. Tresor erreicht, hab ich dann nochmal. Aber gibt's nicht auch noch Tresor geplündert? Und das hab ich nicht, weil ich nichts rausgeholt hab. Ich hab den aufgemacht und wieder zugemacht. Ich glaube, es gibt nämlich auch nochmal XP für... Oder? Oder ist es das gar nicht? Ist schon Tresor geöffnet und Tresor erreicht schon das, was man überhaupt nur an XP rausholen kann? Das weiß ich gar nicht so genau. Aber das wisst ihr vielleicht. Schreibt's mal ruhig in die Kommentare. Ansonsten muss ich sagen, hat das mal wieder richtig Spaß gemacht. Richtig coole Runde. Und wir können uns sogar noch den Airdrop öffnen, den wir auch noch geholt haben. Strong. Oh, und wir haben sogar drei Abwürfe in Folge gesammelt. Krass. Da gibt's nochmal eine lila Kiste für. Nice. Und Synchron und 3000 XP, ja. Schick. Dann öffnen wir erstmal den Airdrop. Die grüne Kiste. Hier ist das Loot, was nach oben drauf kommt. Glas, Chemikalien und dreimal eine Waffe, die ich verkaufen kann. Die bringt zwar nicht so viel, aber dafür ist das andere richtig gut. Die Rohstoffe kann ich wirklich gebrauchen. Und die Belohnung für drei Abwürfe in Folge. Die lila Kiste, das Loot, gibt's auch noch extra dazu. Das nenne ich mal erfolgreich und... Erfolgreich und gefährlich. Jan Jugo war wieder unterwegs in den Outlands. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wie auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.